Musik Auf dem Dach gegenüber lauert ein Anarchist. Als Buster sich eine Zigarette anzünden will, wirft der politisch Irrgeleitete eine selbstgebastelte Bombe. Musik Wir hätten diesen Weihnachtsbaum zu verkaufen. Ein wirklich seltenes Stück. Danke, kein Bedarf. Das wird aber ein trauriges Fest für Sie werden. Ja, sehr traurig. Der Mann ist dem Baum gar nicht wert. Was soll der nun werden? Er geht zurück. Musik Worauf wartest du? Na siehst du, nicht er klemmt. Moment. Was ist denn noch? Er klemmt. Sag mal, hättest du ihn denn nicht rausziehen können, du seltener Obertrottel? Den Obertrottel lass ich nicht auf mir sitzen. Hör auf. Verzeihen Sie bitte, er klemmt. Vielleicht lasst ihr mir endlich meine Sonntagsröne. Das ist das Bäumchen wollen Sie verstrühen. Verstanden wir, Herr Deckel, klemmt. Das ist doch schade. Ich bin schon ruhiger Raum, nicht gut. Komm jetzt. Geht nicht, Olli. Ich klemme. Das wär's. Jetzt haben wir drei Bäumchen, Olli. Charlie bestellt ein kräftiges Eiswein. Musik Das ist doch schade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020